Familie Clayt muss in Strange Worlds auf eine Forschungsmission gehen, denn die Energie wird plötzlich knapp. Dabei stossen sie auf eine ihnen bisher unbekannte Welt voller fantastischer Kreaturen und grossen Gefahren. Doch Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn bremsen sie immer wieder aus. Um die Welt zu retten, müssen sie alle, wohl oder übel, zusammenhalten. Kommt schon, wir haben eine Welt zu retten! Wir nach! Und springt! In der deutschen Fassung gibt Dene Nesh Soudé, der Mutter Meridian, die mit ihrer Familie ins Abenteuer ihres Lebens stürzt, ihre Stimme. Ein Riesenspass für Gross und Klein mit wichtigen Botschaften, findet die Schauspielerin. Für mich ist es wirklich im besten Sinne, es ist ein Familienabenteuerfilm. Ich glaube, es ist wirklich von alt bis jung, alles wird bedient. Weil da ernsthafte Themen wie Familie, Verzeihen zwischen dem Vater und seinem Sohn, sich wiederfinden. Es ist jemanden zu supporten. Ich finde, der Film ist humorvoll, er ist sehr liebenswert durch Platsch. Das ist ein ganz toller Film für diese Zeit, in der wir jetzt leben. Und der Klimawandel wird ja auch noch angesprochen. Ja, und von daher wunderbar, dass der jetzt gerade so am Ende des Jahres, wo alles vielleicht ein bisschen ruhiger ist und wir zusammenkommen, für die Familie bereitsteht und man kann ins Kino gehen. Und dort wird sie auf ihre Kosten kommen, bei dem grossen Abenteuer der Clates und den vielen überraschenden Wendungen, die der Film bis zur letzten Minute bietet. Das ist ein paar Nummer zu groß. Wir müssen hier weg. Wenn du aussteigen willst, dann jetzt oder nie. Wirklich? Nein, war nur ein Witz. Komm schon, lass uns Geschichte schreiben. Wirklich? Untertitelung des ZDF, 2020